So, damit herzlich willkommen zum neuen Videomodul Immobilienmanagement. Schön, dass man da beiseite. Wir steigen heute in ein neues Thema ein und zwar mit dem Outsourcing. Wir beginnen mit dem Grundbegriff Outsourcing selbst. Hierzu habe ich einfach mal das Lexikon aufgeschlagen, das Wirtschaftslexikonwissen von A bis Z. Und zwar Outsourcing bezeichnet die Maßnahmen, Aufgaben oder Unternehmensbereiche, z.B. Forschung und Entwicklung auszulagern, um Kosten zu sparen und mehr Flexibilität in das eigene Unternehmen zu bekommen. Ja, Stichpunkt Auslagerung bzw. Auslagern. Und hier ist das Problem in dieser Definition, denn Outsourcing wird hier verstanden als Auslagerung. Aber es gibt zwei Gestaltungsformen des Outsourcings und hierzu wollen wir stichpunktartig ein paar Merkmale festhalten. Ich schreibe hier nochmal hin, Gestaltungsformen. Ja, ich denke für die Schule reicht auf jeden Fall diese Definition hier aus, aber an der Universität sollte man auf jeden Fall wissen, dass es hier diese beiden Gestaltungsformen der Auslagerung und der Ausgliederung gibt. Wir steigen ein mit der Auslagerung und zwar Funktionen werden ganz oder teilweise auf fremde Unternehmen verlagert. Also halten wir hier fest, Funktionen werden ganz oder teilweise auf fremde Unternehmen verlagert. Ja, dann zweiter Stichpunkt ist eigentlich eher weniger wichtig, nur am Rande erwähnt, Das ist die wichtigste Form des Outsourcings. Wichtigste Form im Outsourcing des Outsourcings. Das sieht man ja hier schon an der Definition. Hier wird gar nicht von einer Ausgliederung gesprochen, sondern von einer Auslagerung. Ja, und der dritte Punkt, den ich hier festhalten möchte, ist in Bezug auf den Erfolg. Der Erfolg bemisst sich an der Erfindung eines Unternehmens, das den individuellen Anforderungen entspricht. Erfolg bemisst sich an der Erfindung eines Unternehmens, eines eines Unternehmens, das den individuellen Anforderungen entspricht. Da werden wir nochmal konkret einen Blick drauf in den kommenden Videos. Das Outsourcing-Thema wird uns wahrscheinlich noch drei, vier Videos lang beschäftigen. Ich habe da ordentlich Input für euch. Und das ist auch so ein Thema, wo ich sage, okay, da kann man sich relativ einfach die Inhalte aneignen. Man kann sich das auch relativ einfach vorstellen. Man kommt ja schnell zu einem Zugang. Und ja, auch ich habe mehr Spaß an solchen Themen, als irgendwelche Verrechnungspreise oder Heizwärmewerte zu bestimmen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Ausgliederung. Und zwar Übertragung von Aufgaben auf ein Profit-Center. Das heißt, Entscheidungskompetenzen werden übertragen und können von der Geschäftsleitung unmittelbar beeinflusst werden. Mit dem Kompetenzbegriff, vor allem den Kernkompetenzen, werden wir uns noch in den kommenden Videos auseinandersetzen. Also Übertragung von Aufgaben auf ein Profit-Center. Auf ein Profit-Center. Entscheidungskompetenzen werden übertragen. werden übertragen und können von der Geschäftsleitung unmittelbar beeinflusst werden. Ja, dann zur Gestaltungsform selbst. Und zwar, es ist eine einfache Form des Outsourcings. Einfache Form des Outsourcings. Ja, und dann zur Erfolgsmessung bzw. zum Erfolg. Der Erfolg besteht im Kostenreduktionseffekt. Ja, das erstmal so allgemein zum Outsourcing-Begriff. Ich hätte gerne noch ein paar Charakteristika hier für euch festgehalten, die haben wir mit Outsourcing auch verknüpft. Aber ich denke mal, da wir noch einige Videos hierzu hochladen werden, dass ich das dann noch irgendwo unterbringen werde. Ich werde auch noch ein paar Übungsaufgaben, Klausuraufgaben hier dann auch vorstellen, die wir dann entsprechend beantworten werden. Also packt euch diese beiden Definitionen zu den Gestaltungsformen des Outsourcings, Auslagerung und Ausgliederung auf dem Karteikärtchen. Für die Schule reicht, wie gesagt, auch hier die Definition des Wirtschaftslexikons aus. Kann man sich auch noch im Karteikärtchen packen. Nur sollte man hier eben wissen, dass hier eben die Auslagerung im Vordergrund steht, um zum einen eben Kosten zu sparen und mehr Flexibilität in das Unternehmen zu bringen. Also hier wird nicht deutlich, dass es eben diese zwei Gestaltungsformen gibt. Hier erkenne ich jetzt nur eine Gestaltungsform. Wenn ihr hier zwei erkennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare hinein. Aber das hier unten, das ist eben der Input, den ich in der Vorlesung kennengelernt habe. Das hier oben, das ist das, was ich dem Lexikon entnehme. Also ich würde mich dann hier, ja, auf das hier unten dann beziehen. Aber ich denke, Stichpunktartig haben wir das ganz gut festgehalten in der Klausur, immer in ganzen Sätzen antworten, sofern nichts anderes angegeben ist. Bis zum nächsten Mal und ciao.